Ich zeige euch heute neue Tricks in StumbleGuys und ich werde sogar welche davon probieren. Es gibt Tricks, die habt ihr noch nie gesehen und sogar neue Routen, die ich nicht gesehen habe. Bleibt bis zum Ende dran, das ist heftig. Meine Adventskalender sind ab jetzt erhältlich, Leute. So sieht das Haus dann aus mit dem neuen Merch-Design. Link ist in der Videobeschreibung. Gönnt euch meinen neuen Adventskalender. Okay, Leute, er fängt hier an mit Superslide. Mal gucken, was es hier jetzt Neues gibt. Also, es sind wirklich neue Tricks dabei. Wirklich, ihr denkt jetzt, ah, ich kenne schon alle. Bestimmt kennt ihr ein paar nicht. Mal gucken, was es uns hier zeigt. Okay, bis jetzt kenne ich alle. Sorry, wegen dem Video, das ist ein bisschen verpixelt von dem. Und jetzt geht er nach da. Okay, er hat den Boostlings mitgenommen, Bro. Das war wild und... Was, das geht? Okay, Leute, die zwei Tricks kannte ich wirklich nicht. No joke. Bro, der Trick ist ja anders. Krass, ihr bekommt einfach noch den Boostlings. Warum habe ich das nie gemacht? Also, ich muss schon sagen, die zwei Dinger waren heftig. Okay, der Typ ist gut, Leute. Junge, kanntet ihr den Trick bei Superslide? Also, ich kannte den wirklich nicht. So, bei Spin Go Round hat er den Anfang richtig gut mitgenommen. Mit dem Sliden. Jetzt gucken wir mal, ob er hier irgendwas Neues hat für uns. Mhm. Oh, das ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Das wusste ich jetzt auch nicht. Ich bin immer in die Mitte draufgegangen. Auf dem Teil drauf. Ja, das war schon gut. Das kannte ich auch nicht. Und ich kenne schon ziemlich alle Tricks fast. Weil ich ja jeden Tag Stumblegeist spiele, ihr ja auch. So, nochmal was bei Floor Flip. Okay, jetzt gucke ich mal. Was können wir hier lernen, Leute? Wir gucken mal. Mhm. Er setzt auf jeden Fall die Emotes richtig krass ein. Das ist gut. Das ist gut. Das kannte ich aber schon. Aber trotzdem gut gemacht. Okay, das kenne ich auch hier. Also, ich bin noch immer bei Super Slides so beeindruckt, Leute. Junge, der ist ja anders weit vorne. So, wie macht er das hier jetzt? Okay, er wartet hier. Geht dann direkt rechts hoch. Okay, die Tricks kannte ich jetzt. War aber eine geisteskrank gute Runde von ihm. Humble Stumble. Was haben wir hier jetzt, Leute? Ah, Leute. Mit was nimmt der auf? Das leckt ja. Bruder, mit was nimmst du auf? So. Nicht wundern, nur das Video leckt hier, Leute. Was macht er hier jetzt? Okay. Das kenne ich. Mhm. Oh. Hat er den Kartoffel genommen? Der arme, Alter. Der wurde anders weggehauen. Jungle Roll. So, jetzt gucken wir mal. Oh, ja. Das muss ich auch machen. Das habe ich bis jetzt einmal gesehen. Aber ich vergesse den Trick immer. Als kleine Erinnerung ist das schon nice, ne? Alter, der Super Slide Trick, der ist heftig. Also, ich kriege den noch immer nicht aus meinem Kopf. Und der hier bei Jungle Roll ist auch krass. Guck mal, er kommt auch direkt dahin. Macht er den da? Den kenne ich auch noch. Ja, okay. Der am Anfang ist gut. Ein kleiner Bonus-Trick. Mal gucken. Okay, den kennen wir ja. Oha. Äh. Wusste ich nicht, dass das geht. Dass du zuerst aufs eine und dann aufs andere drauf kannst. Warte mal. Was hat denn der hier bei Space Race gemacht? Warte mal. Hä? Hä? Was? Wie konnte der da laufen? Gibt euch mal bei Space Race, wie ist der da am Laufen? Hä? Habt ihr das gesehen? Der konnte da einfach laufen. Okay, was hat der hier bei Icy Heights? Okay. Jetzt nach da. Als ob das geht. Never ever. Ey, wir probieren auch zwei, drei Tricks, die krass sind. Den Trick probiere ich auch noch. Bro. Super Slide probiere ich und den Trick. Was ist denn jetzt heute wieder? Ich dachte, wir haben alles durch in Stumblegeist, verkackte Kacke. Jungle Roll. Ey, als ob das geht, Digga. Ja, okay. Dafür brauchst du halt einen Kumpel. Aber das ist wild. Das ist zwar keine Abkürzung. Aber die Route kann man auch nehmen. Krass, Alter. Heftig. Blockdash Heavy Boost. Okay, mal gucken. Oh mein Gott. Was ein krasser Glitch. Digga, aber ihr fliegt halt raus. Da müsst ihr halt aufpassen, ne? Ihr seid halt dann... Oh. Wir hatten den vorhin. Nur diesmal das perfekte Timing. Ein anderer ist vor ihm runtergefallen und er nutzt das Aus auf ihn drauf. Vorbei. Vor-bei. Wirklich vorbei. Also wir testen auf jeden Fall gleich mal den Icy Heights Glitch und den Super Sight Trick. Nicht Glitch, Trick. Das ist so krass, dass das funktioniert. Bot Bash, Bash Glitch. Mal gucken. Oh. Der wird nicht erwischt von den Robotern. Lol. Ah, doch, guck mal. Aber ein paar gehen, aber nicht alle. Ein paar. Hä? Jetzt geht's wieder doch nicht. Dann ging's. Ich check's nicht, Digga. Oh, jetzt wurde er rausgekickt. Blockdash Heavy Kick Trick. Mal gucken. Wie geht das? Kannst du mir das zeigen, wie dir das geht vielleicht? Guck mal. Er geht einfach durch. Aber ich glaub, ich kann nicht reden. Ich glaub, man muss den krassesten Timing-Dings haben. Icy Heights Kick Safe. Mal gucken. Oh mein Gott. Ach, der ist so krass, der Typ. Nein. Hat der gerade einen Boost hier bekommen, Leute? Was sind das für Clips? Wie hat der das gemacht? Warte mal. Ich hab noch nie jemanden gesehen, der einen Boost bekommen hat. Selbst, wo ich den Hack gemacht hab mit dem Super Dash, hat da kein Boost gegeben. Hat es da keinen Boost gegeben? Da ist das krank. Krasser Safe hier. Oh, Leute. Also, ich bin ehrlich. Ich hätt nicht gedacht, dass das Video so krass wird. Ich hab zwei, drei Clips von diesem Video jetzt gesehen und dachte so, ja gut, kann man mal nehmen. Aber so krass hätt ich nicht gedacht. Bin ich ehrlich mit euch? Mit euch? Ich kann nicht mehr reden. Ich hab heute einen Sprachfehler. Oh, das war auch krass. Humble Stumble, kein Trampolin. Ja, okay, das kenn ich. Das kennen wir. Aber auch, ist okay. Ist okay. Aber ich find, das lohnt sich nicht. Das ist so ein Trick, wo ich sag, nee, lohnt sich nicht. Super Slide Kamera Glitch. Was hat der denn? Oh mein Gott. Man sieht ja gar nichts. Ja, das ist anders schwer, ne? Man sieht einfach den Boden nicht. Ich krieg ja Super Slide so schon nicht hin. Und dann labert der mir hier mit Kamera Glitch, eh. Guck mal, wie das aussieht. Das sieht halt jetzt einfach aus. Aber wenn ihr es so überlegt, ist das wirklich nicht einfach. Weil ihr müsst halt wirklich wissen, wo die Rutsche ist. Wisst ihr, wie ich mein? Und die schaffen es trotzdem. Oh, ich wollte gerade sagen, als ob der keinen Fehler macht. Ja gut, jetzt hat der es. Aber trotzdem Respekt. Weil er hat wirklich die Map auswendig gekannt, sozusagen. Das war schon stark, Leute. Blockdash Punch Save. Mal gucken. Hä, Digga. Laber doch nicht. Er hat sich mit einem Emote, mit einem Box Emote gesaved. Was? Okay, Lost Temple. Heavy Kick. Kriegt man den Checkpoint? Oh nein. Okay, du wirst zurückgehauen. Aber trotzdem, dass der Glitch da... Äh, was? Ey! Ey, ich muss das mehr ausnutzen mit dem Glitch, Leute. Ich glaube, die Glitches werden nicht lang drin sein. Das ist auch richtig stark hier. Guck mal. Zack. Und ihr seid drüben. Blockdash Moonwalk. WTF. Okay, das ist lustig gewesen. Man kann einfach auf die anderen drauf, ne? Ja, aber man muss halt aufpassen. Space Race Double Trick. Jetzt schauen wir mal. Digga, als ob das geht. Geisteskrank. Vor allem, man weiß dann einfach, wo man lang muss. Weil man es am Ende ein bisschen sieht. Und dann kann man schneller entscheiden. No Cooldown Rocket Rumble. Was? Oh mein Gott. Die ganze Zeit nur mit Raketen schießen. Das ist krass. Das ist heftig, Leute. Okay, ich würde sagen, wir haben ein paar neue Tricks und Dinge gesehen. Wir testen jetzt mal den Icy Heights. Neuen Trick. Und den Super Sly Trick. Und wir gucken mal, ob wir den hinkriegen. So, genau hier ist es jetzt entscheidend. Oh, der Trick. Kriegt man den Boost? Man kriegt den Boost. Also, wenn man es jetzt richtig macht, dann schafft man es, Leute. Ich gucke jetzt, dass ich es gleich richtig hinkriege. Okay, wir sind wieder hier. Ja. Oh, jawohl. Und danach kann man... Ah, das ist schwer. Man kriegt es hin. Oh mein Gott, ich bin oben. Oh. Oh, nein. Ich habe es fast geschafft. Das ist so schwer, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Also, ich sage euch ehrlich, die zwei Tricks sind sehr schwer. Wenn man die hinkriegt, ist es heftig. Ich habe es leider nicht hinbekommen. Ich habe es jetzt lange probiert. Man braucht sehr viel Übung dafür. Ich sage euch, wie es ist, 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 wie es ist. Bis zum nächsten Mal.